Was ist die Souveränität? In einer sogenannten Demokratie ist eine Wahl. Und wenn ich die Sache noch unter handelsrechtlicher Brülle sehe und sage, wie sieht denn so die AGB von Wahlen aus? Das, worauf wir uns verständigt haben, Wahlgesetze. Und da muss ich kein Recht studiert haben. Das kann jeder Mensch sofort nachvollziehen. Die AGB der Wahl heißt, also die wichtigste Verabredung, auf die wir uns alle geeinigt haben. Wir werfen da irgendwo einen Zettel ein, in eine Wahlurne, die ja nach Lexikon das Aufbewahrungsgefäß der Asche Verstorbener ist. Ruhe sanft. Und wir gehen ja auf die Stimmenabgabe. Die ist ja dann weg. Aber was machen wir letzten Endes mit dem Vorgang? Die Verabredung war, derjenige, der gewinnt, hattet Sagen für alle. Dem habe ich damit zugestimmt. Und wenn die meisten Leute sagen, hier Ukraine und so, die Merkel, ich habe die nicht gewählt, dann sage ich doch. Denn Wahlumfragen haben ja eventuell ergeben, dass die der Sieger sein könnte. Aber mit deiner Teilnahme an der Wahl hast du ja zugestimmt, dass derjenige, der gewinnt, machen kann, was er will. Und jetzt kommt es mal ganz gut, es macht Spaß, mal Gesetze vorzulesen. Ich habe mal gemacht, ich muss mal eine Kabarettveranstaltung machen, wo wir trockene Rechtstexte lesen. Ich lese es in meinen Rechtstexten, nur ganz kurz. Und zwar § 529 Bildung krimineller Vereinigung. Wer eine Vereinigung gründigt, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt, oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Toll, okay. So weit, so gut. Nächster Satz steht, Absatz 1, also dieser, ist nicht anzuwenden, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat. Nächstes, Parteiengesetz 37, Nichtanwendung einer Vorschrift des bürgerlichen Gesetzbuches. Da steht drin, § 54 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches wird bei Parteien nicht angewandt. Oh, gucken wir mal nach, was ist das? § 54, nichtrechtsfähige Vereine. Ach, so weit ist eine Partei. Nichtrechtsfähig, erhaften die auch nicht. Auf Vereine, die nichtrechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Das ist der Satz 1. Jetzt kommt der Satz 2. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich, handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Toll. Ach, der war ja für Parteien ausgeschlossen. Die geben sich einen Haftungsschuss, Freischuss, für das, was sie tun, und können strafrechtlich nicht mal dafür belangt werden. Das steht im Gesetz drin. Und die Typen, die werden hier. Super, super Idee. Und deswegen haben sie handelsrechtlich ihre Souveränität aufgegeben, wenn sie zu einer Wahl gehen. Und dafür ist der Luke da, und dafür ist der Gizi da. Die sind an den beiden Rändern. Wissen Sie, was deren Aufgabe ist? Die dürfen dann auch die Wahrheit sagen, oder es sind doch Sachen drin. Aber beide zusammenbringen, mehr als 20%. 20% der Leute haben sich wieder entschlossen hinzugehen. Oh, nehmen wir das kleinere Übel. Wen Sie hier wählen? Sie haben nicht die echte Wahl zwischen Freiheit und Sklaverei. Sie können nur die unterschiedlichen Aufseher wählen. Das ist alles, was es gibt. Vielen Dank. Applaus